Unternehmer im Porträt, unser nächster Gast, der hat eine schon hochinteressante Lebens- und Berufsgeschichte hinter sich, hat an verschiedensten Orten der Welt gearbeitet, ist jetzt in Wien und da ist Uwe Rembo und er ist freiberuflicher Interims-Manager. Herr Rembo, herzlich willkommen. Danke. Servus, würden die Wiener jetzt sagen. Ja, genau, Servus, sagen wir in Wien. Sie sind eigentlich großer London-Fan, haben lange in England gelebt, so im Umfeld könnte man sagen der Krone beim National Health Service. Wie hat das Ihre Arbeit, Ihr Leben geprägt als jetziger Interims-Manager? Ja, also da bin ich der Krone tatsächlich schon sehr nahe gekommen. Ich habe damals für den National Health Service gearbeitet und meine Chefin, die Baroness Wall, die saß im Oberhaus und ich hatte da auch mein Büro in Westminster und war eigentlich einer ganz wenigen Menschen, der das behaupten kann. Ja, wie hat mich das geprägt? Es hat mich privat sehr geprägt. Ich liebe über alles die britische Kultur und die Briten. Ich liebe die Art, dort zu arbeiten. Also man würde nie irgendwie ein rütes, barisches Wort aus dem Munde eines Briten hören, sondern man geht dort wirklich sehr anständig und fair miteinander um. Das prägt den Briten. Und man stellt den Menschen den Vordergrund. Also die Arbeitswelt in Großbritannien ist sehr beziehungsorientiert. Auch Kundenbeziehungen und Lieferantenbeziehungen, da würde man nie auf die Idee kommen, einen jetzt fallen zu lassen, weil man irgendwo anders einen Euro billiger kaufen kann, sondern da zählt noch Vertrauen und Handschlag. Und das kommt ganz meiner Wertphilosophie entgegen. Stil ist im direkten und weiteren Sinne wichtig in Großbritannien. Ja, also selbst heute noch sonntags geht man mit Hut aus. Man geht mit Frack und Zylinder nach Eskert und zu einem ordentlichen Dinner legt man seinen Smoking an. Und das erhebt natürlich den Moment dann auch und trägt dazu bei, dass das Erlebnis noch schöner wird. Ja, ich habe die Hinführung deshalb gewählt, weil es ist ja interessant in Ihrem Bereich, dass Sie mit ganz vielen verschiedenen Menschen auch Nationalitäten zusammenarbeiten. Das ist ja heutzutage auch wichtig, dass man das tut, dass man das kann und als Interimsmanager verschiedenste Menschen auch zusammenbringen. Aber erst müssen wir vielleicht mal klären, für die das nicht wissen, was macht ein Interimsmanager? Ja, das ist eine gute Frage. Interimsmanager ist im Prinzip ein Manager auf Zeit. Wir arbeiten typischerweise auf erster oder zweiten Ebene. Das heißt, die erste Ebene, das wird oft auch als die C-Ebene benannt, Chief irgendwas, also Vorstand-Geschäftsführer-Ebene oder darunter Vertriebsleiter, Marketingleiter, Werksleiter. Typischerweise engagiert man einen Interimmanager dann, wenn man entweder eine Vakanz überbrücken muss und einfach nicht in der Schnelle die richtigen Mitarbeiter findet. Stichwort Fachführungskräftemangel. Oder wenn ein Unternehmen ein solches Spezialthema zu stemmen hat, was ein angestellter Manager nicht abbilden kann, weil es viel zu selten vorkommt. Wie oft hat ein angestellter Manager beispielsweise mit einer Werksschließung zu tun oder mit einer kompletten Restrukturierung oder einer Loslösung von Unternehmensteiler oder auch wie oft kriegt der gesagt, pass auf, wir müssen jetzt unbedingt langsam auf den saudi-arabischen Markt. Das sind Spezialthemen. Dafür braucht es Spezialwissen und dafür holt man sich dann Interimsmanager ein. Genau. Und deswegen, sagte ich, ist es wichtig, dass Sie verschiedene Kulturen auch schon kennengelernt haben. Weil so eine Mischung ist ja in so einem Team ganz entscheidend auch wichtig. Eine Mischung ganz unterschiedlicher Menschen. Ja, also zum einen sind ja unsere Auftragsgeber international. Meine Auftragsgeber sind ganz oft aus anderen Ländern. Das heißt, die Sprache ist eine andere, die Kultur ist eine andere. Dann hat man natürlich internationale Teams. Ich war jetzt in der Schweiz. Wir waren 25 Mitarbeiter aus 23 Nationen und haben 20 Sprachen gesprochen. Das ist natürlich ganz toll, aber da muss man natürlich auch entsprechend mit Fingerspitzengefühl und ein bisschen interkultureller Kompetenz agieren. Ist klar. Und dann kommt dazu, dann hat man auch noch mal damit zu tun, dass man im Kundenauftrag im Ausland unterwegs ist. Ich habe im letzten Mandat viel Zeit im Nahen Osten verbracht, weil wir dort unsere Projekte verkaufen wollten in Saudi-Arabien, Bahrain, Ägypten. Da muss man sich auch noch mal woanders einstellen. Aber das finde ich persönlich gerade spannend. Deswegen mache ich den Beruf auch so gerne. Man muss es mögen. Gibt es den idealen Standort? Ich meine, es wird ja viel kritisiert am deutschen System. Da gibt es auch tatsächlich viel zu kritisieren, gerade momentan. Aber ist das aus Ihrer Sicht, gibt es den idealen Standort als Unternehmer oder als Unternehmen? Ja, den idealen Standort, den gibt es nicht. Zum Beispiel Deutschland. Wir haben hier eine gute Infrastruktur, wir haben hier eine gute Workforce durch unser Ausbildungssystem, sind aber auf der anderen Seite ein teurer Standort und unsere Gesetzgebung ist nicht immer komplett unternehmerfreundlich. Dann können Sie sagen, okay, Nahen Osten ist ein idealer Standort, weil da ist steuerfrei, da gibt es Free Zones. Ja, nur da kriegen Sie die Leute nicht. Dann kann man sagen, die Schweiz ist aber ein toller Standort. Da ist alles geregelt, die sind unternehmerfreundlich. Ja, da legen Sie aber das dreifache für Lohnkosten hin. Meiner Meinung nach gibt es deswegen nicht den idealen Standort. Es gibt aber sehr wohl die ideale Unternehmensführung und die idealen Mitarbeiter. Ja, das ist das Thema. Wenn Sie jetzt Interimsmanager sind und in so eine Firma kommen, wo liegen Sie einen Schwerpunkt? Eher auf dieses Thema, ich sage mal Schaffung neuer Abläufe, neuer Strukturen, neuer Prozesse, das ist ja ganz wichtig in Unternehmen, Skalierung, Effizienz? Oder legen Sie den Schwerpunkt eher auf die, naja, schon sehr wichtige Zusammensetzung, wie wir es eben schon gesagt haben, von Menschen, von Teams? Es ist eine sehr gute Frage, weil beides. Ich kenne Unternehmen, die haben die besten Prozesse, die sind durchorganisiert, die haben Handbücher und es läuft nicht, weil sie ihre Leute schlecht behandeln. Und ich muss, wenn ich sage schlecht behandeln, es reicht auch schon, wenn ich Leute ignoriere oder vernachlässige. Die Abläufe, die Prozesse, die dienen dem Menschen, nicht umgekehrt. Und ich kenne Leute, die haben einen Klappspaten und eine Schubkarre im übertragenen Sinn, die haben keine moderne Technik und keine Prozesse. Die arbeiten super, weil die sind motiviert, wie sind die Haarspitzen, weil das Management die ordentlich behandelt. Und für mich steht immer der Mensch im Mittelpunkt. Denn ein Unternehmen ist nicht erfolgreich wegen den Diplomen an der Wand oder wegen den Awards fürs Produkt, die im Regal stellen, sondern wegen den Leuten, die es umsetzen. Genau. Und auch eben in dieser Mischung, dass sich das ergänzt irgendwo in einem Team. Der Flow, das Momentum, all diese Dinge sind entscheidend wichtig. Wie passt das zusammen mit dem Fachkräftemangel? Also dieses richtige Team zu schneidern, ist ja immer schon ein großes Thema gewesen. Der eine Unternehmer hat dafür das Händchen. Der andere kann tun, was er will. Er schafft das nicht, dieses Team. Jetzt kommt aber der Fachkräftemangel dazu. Sie haben ihn schon erwähnt. Wird das langsam gar nicht mehr möglich, irgendwo dieses Thema Team und Mitarbeiter zu stemmen? Oder was ist Ihr Rat? Na ja, ich sage ja oft so süffisant, es gibt keinen Fach- und Führungskräftemangel. Es gibt nur einen Mangel von Unternehmen, die in ihrem Unternehmen arbeiten wollen. Und das hat meistens Gründe. Ich meine, klar, wir haben soziodemografische Verschiebungen, wir werden alle älter und die Jüngeren kommen weniger nach. Das Zukunftsinstitut sagt uns voraus, dass wir im Jahre 2030 24 Prozent zu wenig Personal haben, um alle Stellen zu besetzen. Und dass wir im Jahr 2035 erstmals in der Geschichte mehr freischaffende Menschen haben, Freelancer, Interim-Manager, was auch immer, als Angestellte Beschäftigte. Das heißt, da ist ein riesen Umbruch. Da muss ich mich jetzt als Unternehmer mit zwei Themen befassen. A, wie ziehe ich Talent an und wie halte, wie motiviere ich es? Und B, wer führt bei mir? Und am besten nicht mehr wie früher, dass der beste Verkäufer zum Verkaufsleiter wird oder der beste Buchhalter zum Oberbuchhalter, sondern der, der am besten Menschen führen kann. Denn das ist ein Fulltime-Job und der ist anspruchsvoll. Ich werde heute nicht mehr akzeptiert und Leute folgen mir nicht mehr, weil ich der beste Buchhalter bin, sondern vielleicht, weil ich der beste im Umgang mit Menschen bin. Das lassen wir so stehen. Besseres Schlusswort gibt es nicht. Vielen Dank bei Unternehmer im Porträt. Das war Uwe Rembo, freiberuflicher Interim-Manager im Bereich Healthcare. Vor allem tätig derzeit in Wien, aber aus Deutschland stammend. Wenn Sie sich für das interessieren, was er tut, dann auch hier die Einblendung, wie immer, über die Internetseite. Herr Rembo, das war sehr interessant. Vielen Dank für Ihre offenen Worte. Ich danke Ihnen. Und Ihnen auch vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Unternehmer im Porträt für diese Ausgabe. Bis bald.